1991 eröffnete Dr. Medgert Wohlraab als zunächst einziger niedergelassener Kieferchirurg in Mecklenburg-Vorpommern seine Praxis in Neubrandenburg. Als reine Überweiserpraxis arbeitet der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg derzeit mit circa 400 Zahnärzten aus der Region zusammen und hilft da weiter, wo diese an ihre Grenzen stoßen. Ein Schwerpunkt des Leistungsspektrums ist die Implantologie, bei der dem Patienten eine künstliche Zahnwurzel in den Knochen eingepflanzt wird. Darauf findet der Zahnersatz sicheren Halt und ist dann wesentlich langlebiger und fester als herkömmlicher Zahnersatz. Zur exakten Implantatplanung nutzt Dr. Medgert Wohlraab den digitalen Volumentomografen New Tom. Anhand der ermittelten Daten ist es möglich, präzise Schablonen anzufertigen, mit denen eine minimalinvasive und somit schonende Behandlung des Patienten erfolgen kann. Mithilfe der Ozon-Therapie ist das Praxisteam in der Lage, völlig schmerzfrei das Zahnfleisch zu desinfizieren und die Mundhülle von schädlichen Keimen zu befreien. Weiterer Schwerpunkt ist die ästhetische Lasermedizin. Sieben verschiedene Laser für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche stehen hier zur Verfügung, um Haare, Tätowierungen oder Hautveränderungen jeglicher Art zu entfernen. Professionell, erfahren und kompetent. Dr. Medgert Wohlraab.